Wir sind die Kinder der 90er Jahre. Wir wuchsen auf mit 56 K, in unseren Köpfen dieselben alten Träume und darin ein erstes Graushaar. Wir sind die Sperrspitze des Kapitalismus, wir sind die Arschritze der Anarchie, wir sind die Mehrspitze des Sozialismus, werden wollten wir das alles nie. Wir sind die Reste des 20. Jahrhunderts, unsere Herzen schlugen heiß. Wir fühlten uns so hyper, hyper, wir spielten Tetris in Schwarz-Weiß. Wir sind die Sperrspitze des Kapitalismus, wir sind die Arschritze der Anarchie, wir sind die Mehrspitze des Sozialismus, werden wollten wir das alles nie. Und immer wieder Sonntag, Bravo TV. Liebes, Sex und Zärtlichkeit, genau. Wir sind die Sperrspitze des Kapitalismus, wir sind die Arschritze der Anarchie, wir sind die Mehrspitze des Kapitalismus, werden wollten wir das alles nie. Nein, nein, nein